Ich hoffe, dieser miese Penner wird uns keine Probleme mehr bereiten. Was ist mit den Paketen? Hat er sie dabei? Finde sie und bring sie mir. Hab ich ja schon. Hier sind die Pakete, die du wolltest. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Du hast dir gerade einen Haufen Gold verdient. Oh, Leute. Toll. Ich hab Gary verloren. Mist, du hast es vermasselt. Und jetzt? Ruhig bleiben. Noch haben wir nicht verloren. Gary wird sich trotzdem mit seinem Partner treffen. Du musst ihn finden. Wo soll ich ihn suchen? Vermutlich irgendwo in der Goss. So gut. 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 Vielen Dank. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Geht doch. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Scheiße, ich brauche. Ich brauche besser für mich. Hier ist doch wer. Suchst du was? Wo? Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja. Ich kann für Walther... Nein, nein, das ist nicht nötig. Der größte Teil der Schmiedearbeit ist getan. Jetzt. Was? Und dann gönnst du Walther eine Pause. Er soll noch den Klingenstab... Was? Ich hoffe, du siehst dich nur um. Nein, nein. Oh. Ich muss jetzt besser... Schlösser öffnen, wenn ich mir mal da habe. Ich weiß nicht, ob ich sie schenken bin. Okay. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Wegen des Spions. Hast du schon mit... Bisher noch... Oh. Oh, Lukas. 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 Äh, äh, äh. Wo, 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 wo ist das nochmal hin? Ah. Eier. Was, ich glaube, man hat einen Huch hingesehen. So, dann habe ich mal gestochen. Hä? 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 Was hast du jetzt nie gesagt? Wir schaffen nichts. Ah. Ich habe vorbei gelaufen. Ich will ein besserer Dieb werden. Taschendieb da. Ich will kein Taschendieb, ich will Flösser öffnen. Was, wo kann man Flösser öffnen? Was? Was? Hallo? Ist da jemand? Was willst du hier? Was denn? Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab! Dein Bruder Olf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Gute Sache. Bin unterwegs. Erfahrung plus 300. Warte mal kurz. Das ist zu riskant. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Erfahrung plus 300. Du wurdest in einem Haus gesehen. Das ist ein bisschen zu teuer. Den müssen wir irgendwo umhauen. Die Dinger kommen überall aus dem Boden. In der Stadt passiert so schnell nichts. Was soll das? Steck die Waffe. Oh, der Entscheidung. Nico, komm mal mit. Runter mit der Waffe. Ja. Los, hinterher. Jetzt geht gleich was aufs Maul. Ja. Mach schon. Nichts. Na also, jetzt geht's rund. Oh, toll. Hatte Krenz. Steck die Waffe weg. Das ist auch besser für dich. Ich möchte es ja öffnen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Das kannst du doch mal. Das ist einfach, oder? Normaler. Fass bloß nichts an. Was guckst du so? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Wie? Wählen wir hier? Was macht denn? Erhalten 50 mal Gold. Ich hab Goldbeute gewonnen. Boah, Teller, Händler gegen ein gutes Gold dafür. Oh, das kann ja schon. Oh, das kann ja schon. Ah, das kann ja schon. Das kann ja schon. Ich will es nicht hören. was hallo wo ist da jemand ja 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 Set Was ist denn diese Flavie? Weiß ich nicht mehr Weißt du was? Spielst du das selbst? Spielst du das selbst? Was denn? Spielst du das? Spielst du das? Spielst du das? Das steckt mir alles ein Mitten in der Nacht Einfach aus dem Boden Spielst du das? 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 Spielst du? Spielst du das? Es ist ... Ich ... Was ... Ich ... Ein ... Ja ... Aber ... Das Schloss ist zu schwierig für mich.